hallo zusammen ja heute ist der 15 dezember halbzeit 24 zwar zwölfter halbzeit ach wir haben ja schon weniger als halbzeit man ja ich habe heute wieder die zwei pakete von der lieben jutta und von meiner lieben lisa und so wie ich sehe sind hier drei pakete drin ich hatte gestern mit jutta glaube ich an ja genau gestern hatte ich von lisa die schachteln drin die umschläge genau das heißt ich fange heute mit der lieben lisa an hier fallen irgendwas ist da hier fand schon sternchen raus ich habe angst ich habe ganz tolle angst ja das muss ich auch fädeln sonst ist das weg und dann ärgere ich mich und ja so dieser schatz ich habe angst ich jetzt ein effekt das ist ja cool ich finde es noch kurz beiseite damit erst mal sehen können ist das geil oder was guck mal und zwar da haben wir den 18 17 16 das heißt ich darf den heute aufmachen das heißt die schachtel wird mich begleiten der würfel wird mich begleiten auch noch ein bisschen ich weiß doch immer nie alles ausziehen alles klar cool und haben wir hier oder hat sie schachtel gebastelt die da kann ich mir bestimmt an ein bäumchen hängen ist das toll da freue ich mich riesig war das absicht mausi und mir kommen schon die tränen ja also das ist der namen übrigens von meiner verstorbenen besten freundin ist das toll ein kleiner um die bitte da ist das super also lisa ist übrigens die schwägerin von 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 mary und ja ist das toll oder freue ich mich vielen 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 lieben dank finde ich schön ja wie gesagt jetzt habe ich den faden verloren die schachtel ist die für die nächsten vier tage also für die nächsten drei tage gedacht und ja aber die hat sie auch echt toll gemacht wir rein warte pauschen nichts kaputt machen sie ist echt toll mal gucken ob ich das hier aufgestellt bekommen damit wir auch platz haben für ist die schön da freue ich mich ja da das war gerade ein emotionaler moment bei mir ja und wir haben natürlich auch das paket von der lieben jutta wieder mit einem wunderschönen wäschel klammer ich bin natürlich noch eine wunderschöne wäschel klammer dankeschön und hier haben wir den fünfzehnten nicht kaputt gehen 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 super dankeschön ist auch noch zusammen ich glaube den muss ich so abschneiden dann nützt nix hätte ich gerne aufgehoben aber ein bisschen geht noch dann muss ja auch jeden zentimeter aufheben ach für eine karte ist das doch super noch von länge her dann fange ich auch hier oder mache ich auch hier mit mir weiter ein nasi und hoho 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 was war es bitte nichts ich glaube ich kann nicht noch ein bisschen wieder so aufhalten naja und hier haben wir ein nasi ein dominostein und ja diesmal darf ich den essen der wird versteckt vor den kindern ne also so viel süßes muss ja auch nicht sein und hier haben wir so richtig tolle xl clips oh die sind toll sowas habe ich gar nicht kennst du dich bei mir im bastelzimmer aus mäuschen aber den kenne ich überhaupt nicht also sowas habe ich gar nicht also ich glaube von der größe her habe ich vielleicht weiß ich nicht einen lilan oder irgendwas aber die sind toll boah das ist der wahnsinn so riesen teile oh die kommen bei mir ich habe mir ja so ein buch gekauft ja aber damit das das fange ich an ab 2019 da scrappe ich mit euch eine runde ne also ne also aber ich habe da ich habe da so einiges vor mit euch ne und ja ich lasse einfach da muss ich ganz endlich sagen einfach die kamera laufen ne vielleicht inspiriert euch das ja oder so ja vielen dank da freue ich mich aber wirklich sehr drüber und diese wunderschöne schachtel kommt natürlich auch ausgepackt oh oh da nichts kaputt machen oh cool hast du die noch bearbeitet hinten oder ist das so alle fälle haben wir hier so oh die sind toll die in der mitte und hier haben wir so pailletten so die hinten noch selber bearbeitet sieht schon ganz cool aus aber die sind auch toll lila gold ja was ist denn das türkis blau rot und so pink sie sind ja toll und die sind auch krass oder freue ich mich vielen vielen lieben dank ja also ich kann das gar nicht aus der hand legen das ist echt schön geworden ja das freue ich mich ich freue mich über alles über alles was ihr mir womit die mir eine freude gemacht habt vielen lieben dank ja ich knuddel euch ganz dolle wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen tag und wir sehen uns morgen bis dann tschüssi